Und was erwartest du von mir? Lass dich von niemandem zur Eile treiben. Du musst die Entscheidungen fällen. Trag das. Er ist ein Symbol deiner Macht. Von nun an gehört dir der Ring. Er wird dir helfen. Dank dir, Vater. Kaschid! Sage den Scheichs der befreundeten Stämme, dass sie in drei Tagen hier sein sollen. Es gibt Wichtiges. Wichtiges. Seit zwei Tagen sind wir in der Stadt und erforschen die Zugänge zum Palast. Gibt es keine Möglichkeit, in diesen verdammten Palast Omars einzudringen? Wir kommen schon rein. Verlass dich drauf. Ja, aber wie? Seit über zwei Tagen suchen wir einen Weg. Was ist doch los? Ich weiß es nicht. Reiten wir hin. Geh! Oh! Ah! 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 Vielen Dank.